Intabs Relocation Service hat bereits aus mehr als 14 verschiedenen Ländern und über 150 Relocatees erfolgreich relocated. Der Relocation-Prozess eurer Mitarbeiter kann am Anfang überwältigend wirken. Keine Sorge, unser Relocation-Programm bestellt sicher, dass sich eure Mitarbeiter vom ersten Tag an willkommen fühlen. Ob bei Wohnungsbesichtigungen oder Behördengängen, wir begleiten eure Relocatees zu den Terminen und unterstützen sie mit unserem Know-how und bei möglichen Sprachbarrieren. Wir legen Wert auf eine persönliche Kommunikation und stehen in persönlichen Kontakt mit eurem Relocatee und eurer HR-Abteilung. Egal in welchem Bereich ihr Fragen habt, schreibt uns einfach. Unser Service begleitet eure Mitarbeiter Schritt für Schritt, ob bei Visa, die Registrierung, Anmelden einer Krankenversicherung, das Eröffnen eines Bankkontos oder die Wohnungssuche. Wir bieten auch spezielle Pakete für Familien an, um sicherzustellen, dass auch die Kleinsten bestens versorgt sind. In unserem Relocation-Programm unterstützen wir euch dabei, die Ankunft eurer Relocatees bestens zu gestalten. Interp Relocation Services – euer Partner für einen stressfreien Staat in Dresden. Kontaktiert uns noch heute, um mehr zu erfahren.